Hallo Freunde der Astronomie. Ja, die schöne Sonnenfinsternis vom Oktober 2022 ist leider vorbei, aber die nächste naht schon. Wir haben in diesem Jahrzehnt in Deutschland acht Finsternisse, das ist doch schön. Und die nächste Finsternis ist leider erst in zweieinhalb Jahren, am 29. März 2025. Ich habe schon einige Sonnenfinsternisse im März im Laufe meines Lebens miterlebt. Meistens war schönes Wetter, also naja, der März ist doch so der Monat, wo dann der Frühling langsam beginnt und öfters mal klarer Himmel ist. Das ist eine partielle Finsternis und ein Bedeckungsgrad von nur 28 Prozent, also nicht besonders prägnant, aber es ist doch immer schön, wenn man mit der Sonnenfinsternisbrille dann mal einen Blick nach oben werfen kann.